Ja, ich komme hier eigentlich aus der Nähe, also ich habe nur so einen Kilometer zum Fahren hier. Und ich bin wirklich viel mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich habe keinen Führerschein. Das heißt, wenn ich unter der Woche mobil sein will, so im Umkreis von 10 Kilometern, mache ich das mit dem Radl. Auch mit dem Einkauf, soweit es geht, soweit das Fahrrad das trägt. Das ist strapazierfähig, es hält mein Gewicht aus und das Eingekaufte. Ja, ich glaube, nachdem die Radlfahrer ja immer mehr werden, was auf der einen Seite schön ist, wäre es schon gut, wenn man halt versucht, ein bisschen auch Rücksicht zu nehmen aufeinander. Das ist manchmal nicht so optimal, finde ich. Also das ist ein kleiner Appell.